Herzlich Willkommen bei Wein & Milch, liebe Wein & Milch, schön, dass ihr dabei seid zu mehr Riesling im Glas. Warum Riesling? Weil neben mir sitzt Mr. Riesling. Stuart Pickett, wir kennen uns bestimmt, wir kennen es lang, egal, sehr lang, aber Stuart Pickett vielleicht für alle, die ihn nicht kennen, aber es dürften ganz wenige nur sein, weil es sind da ganz viele Wein begeistert, aber für alle, die ihn nicht kennen, Stuart war der Erste, der in Deutschland interessanterweise als Engländer den Deutschen gesagt hat, ihr macht richtig gute Weine, aber ihr wisst das noch gar nicht oder ihr habt das gar nicht so, die Winzer wussten es, aber ich sag mal, die Public wusste es nicht und du bist dann der Erste gewesen mit vielen tollen Büchern, die auf den Markt kamen, auch interessante Bücher, du hast damals sehr viel etwas umstritten manchmal. Das ist gut so, ja, man muss campen, dann habe ich dich gesehen im Fernsehen, eine ganz tolle Serie hast du gedreht, auch in Bayern 3 war das, glaube ich. DR 3. DR 3. Dann warst du Autor sowieso in vielen Publikationen, vom Feinschmecker bis zur Welt am Sonntag, die FAS, FAS, 15 Jahre? Ich glaube 17 und halb. Wow, krass. Und, naja, und noch viele, viele andere Sachen, also Stuart kennt man und Stuart hat mir auch übrigens ein paar fantastische Restaurantpits, unter anderem Hotspots mit Mr. Wu in Berlin. Also er ist Berliner, sozusagen Neu-Berliner, Alt-Berliner, je nachdem wie man das sieht, aber mittlerweile ist er auch Deutscher, lebt allerdings mit seiner Frau in den höheren Lagen von Frankfurt, da ist die Luft wahrscheinlich besser. Ja, er ist aufs Lager. Gut, also die ganze Menge zu erzählen und ich freue mich total, dass er da ist, also he loves Riesling und jetzt hat er einen neuen Job und ich fasse es sehr konsequent von dir, mein lieber Stuart, du arbeitest jetzt für die ehemalige Staatsdomäne Niederhausen, jetzt Neu-Deutsch-Gut-Hermannsberg heißt es jetzt, an der Oper in Nahl und bist sozusagen ein Riesling-Ambassador oder Brand-Ambassador, würde man sagen. Wie schrecklich ist man, Brand-Ambassador, würde man sagen. Was machst du denn da jetzt? Und ich fand es toll, wenn ich das mal unterbreche, ich fand es toll, dass du alle deine journalistischen Tätigkeiten abgebrochen hast. Du hast ja, das ist sehr konsequent. Hätte ich ja sagen können, mach weiter. Es war mir ein wichtiger Wechsel und ich habe es dann versucht, konsequent durchzuziehen, weil weder Fisch noch Fleisch ist nicht unbedingt was in Deutschland gilt. Man mag hier bekanntlich keine halbe Sache. Das stimmt. Das ist auch noch mit drauf. Wir hatten gerade einen kleinen Glitz. Warum? Sebastian, die Chipkarte war voll. Mein, mein, mein. Unser Gast kann schon nicht mehr. So, Stuart. Ja, jetzt um den Einstieg wieder zu finden. Gut, Hermannsberg. Riesling-Ambassador drauf. Ja. Das neue Leben. Es ist ein neues Leben. Die Häutung. Es ist ein, oder eine neue Form des alten Lebens, weil es geht um Riesling, um was der Riesling betrieb kann, wenn man ihn verbindet mit dem besten Weinberg, den es gibt und die entsprechende Mühe sich macht. So, du bist ja der sozusagen Riesling-Ambassador. Was, also wenn jetzt gar keine Ahnung hat, was soll man denn an Riesling so lieben und schätzen? Ich meine, wir sehen, dass eine gewisse Renaissance da für Riesling. Also, das ist eine Frage, was für Riesling? Ah, also Riesling ist nicht eintönig. Es ist nicht wie die Farbe Himmelblau. Manchmal ist es die Farbe Himmelblau, aber nicht nur. Ja, so leichte, fruchtige Rieslinge zu flürfen gibt es en masse und das ist eine wunderbare Sache. Aber wenn es nur das gäbe, dann hätte der Riesling keinen Ruf die Donnerhall. Es hat diesen Ruf die Donnerhall, weil wenn man Riesling mit geilen Weinberger verbindet und sich die entsprechende Mühe macht, dann kommen Weine raus. Die sind so vielfältig und so einständig. Also da sind alle möglichen Farben des Spektrums vorhanden. Du hast ja welche mitgebracht, die stehen unter dem Tisch. Ja. Kannst du vielleicht einmal bücken? Ich könnte bücken. Ganz schnell. Bück dich mal. Und ein Affe. Bück dich mal. Nicht das Stück, habe ich nicht gesagt. Oh, excuse me. Oh, ich will nicht mehr. Also Riesling mit anderen Worten ist also die vielfältigste Sorte. Unter dem Weißen. Unter dem Weißen. Ja, auf alle Fälle. Würdest du sagen, wobei, nee, das machen wir nicht. Ist Riesling mehr feminin oder maskulin, ist auch doof. Aber es ist natürlich beides. Es ist beides. Ja. Danke. So. Also. Kann alles sein. Ja. Und Riesling ist eigentlich eine deutsche Sache. Bis auf, ich finde, die andere. Deutsche Wurzeln, deutscher Ursprung. Ja. Aber es ist sehr schnell, ziemlich früh gleichzeitig über die streng genommene deutsche Grenze gerutscht. Und schon, sagen wir, um 1850 war es weltweit verbreitet. Weißt du, wie viele Hektar es gibt auf der Welt? Etwa 50.000. Und das meiste aber ist in Deutschland, ne? Nein, ich würde sagen, ich würde sagen, Deutschland mit 22.000 Hektar ist sowas wie 45 Prozent von der Weltbescher. Und dann findet man Australien und Neuseeland ein bisschen. Ja, ja, Moment mal. Washington. Moment mal, zuerst Frankreich. Stimmt. Stimmt, Nummer zwei. Ja. Und Österreich darf man nicht vergessen. Es gibt sehr viele Länder mit einer kleinen Rieslingfläscher. Also, und oftmals ja auch diese kleinen Fläscher. Also werden sehr bedeutend, sehr besuchte Weine erzeugt. Zum Beispiel Italien hat nur einige hundert Hektar Hösern. Aber ein Handvoll von diesen Bewechern sind so ständig ausverkauft beim Weinkirchen. Ist es nicht ein bisschen traurig manchmal, dass gerade, ich meine, wenn ich so gerade jetzt Australien denke, dann sagt er immer so, neue Welt. Aber gerade in Australien, Australien haben die Liebe zum Riesling gefunden, weil sie ihre eigenen getrunken haben und dann gesagt haben, probieren wir mal die Deutschen. Und das ist glaube ich, das ist doch auch in Amerika ähnlich gewesen, oder? Also mit Washington jetzt auch recht im letzten Jahr ziemlich schwierig. Ja, ja, und das ist wahr. Fläscher in Washington State im Nordwesten von der USA hat sie etwa verkoppelt. Okay, also Riesling, meinst du, die Fläche wird verwachsen? Wir werden noch mehr sehen. Insgesamt, ich erwarte, dass es bei 50.000 stabil bleibt. Aber ein bisschen Umschüchterung wird stattfinden. Und das ganz sicher. Der ein Land wird gut wachsen, der andere ein bisschen zurückgehen. So, ihr habt schon gesehen, wir machen hier eine kleine Blindprobe. Da möchte ich auch schon mal kurz vor sagen, Leute, Blindproben werden immer gemacht so ein bisschen als so, gerade unter Jungs, Armwrestling. Schaffst du es? Kannst du es? Also ich finde, das ist eine große Kunst. Es macht auch Spaß, Blind zu probieren, aber es soll auch ein Spaß bleiben. Und vor allen Dingen, also in diesem Fall, manchmal finde ich es gut, eine Blindprobe zu haben, nicht so sehr, um rauszufinden, ob die Winzer oder der Winzer eine blaue Augensfarbe hat oder blonde Haare, sondern einfach mal unvoreingenommen von... Was ist da los? Was ist da los im Glas? Das ist doch schließlich der entscheidende Frage. Ist so viel und so viel Schönes im Glas los, dass ich diese Wein unbedingt trinken muss? Ja, das würde ich jetzt gerne mal von dir wissen, warum muss ich das trinken? Oder ich kann ja sagen, schon mal, was ich denke, aber du hast ja auch, das war ein bisschen unsere Idee heute, du wolltest mir mal so ein paar Weine zeigen, woran du versinnbildlichst, dass auch in Deutschland oder überhaupt mit dem Riesling in Deutschland, das weiß ich ja gar nicht, nur im Riesling, wie passiert gerade auf der Welt? Was passiert denn da? Man lotet neue Möglichkeiten aus. Und manche dieser neuen Möglichkeiten sind alte Möglichkeiten, denen es irgendwann mal, oh, 70, 100, 150 Jahre schon gab, aber die in Vergessenheit geraten sind. Aber dann gibt es die wirklich ganz neue Dinge, also Ortschaften, von denen ich noch nie ein Wort gehört habe. und plötzlich werden großartige Weine da als Leute. Ja, und wo wäre das, Ortschaften? Zum Beispiel Dittelsheim-Hessloch in Rhein-Hesseln ist nicht unbedingt ein weltberühmter Riesling-Ortschaft oder Gemeinde, aber da werden einige tolle Weine erstellt. Hat das was mit den Menschen oder mit dem Klimawandel zu tun oder weil sie es nicht begriffen haben, dass sie es haben? Ja, ich glaube, lange Zeit würde einfach nicht begriffen, was für Möglichkeiten vorhanden waren. Und dann kamen Winzer, die gesagt haben, ich glaube, dass es hier doch möglich ist und jetzt versuchen wir es. Und wir schauen einfach, was wir aufsteigen. Und da denke ich in dem konkreten Fall an jemanden namens Stefan Winter. Ja, und als ich sein erster Wein, das war 2004, habe ich zum ersten Mal einen Wein von ihm kopiert. Ich glaube etwa 22 Jahre alt. Ja, da bist du schon jemand, der früh den jungen Leuten auf die Schulter geklappt hat, dass sie weitergehen wird. Also mal jetzt vielleicht mal zu dem Wein. Was mir auffällt, erst mal im Geschmack, also bevor ich mal zum Drogen komme, eine ziemlich hohe, ganz klare, fast wie so ein Laserstrahl geht das über die Zunge, eine unglaublich klare Röhre und der kann auf irgendwelchen Westzucker verzichten. Er wirbt auf jeden Fall sehr, sehr trocken. Er ist sehr, sehr trocken, das muss man auch sagen. Aber knochentrocken, also der Gaumen finde ich super, weil er so eine Brillanz hat, so eine Kleid, schafft keine Sorte der Welt. Ja, welche andere Sorte schafft das? Ich bin so ganz selten, wenn man viel Glück hat, Chenin Blanc, aber eigentlich nicht selten. Ja, stimmt. Chenin Blanc kann eher wahrscheinlich Lois sein, aber Riesling auch. Und jetzt von der Nase her, also hier, man merkt schon, es ist nicht Konfektionsware. Also, ja, Konfektion ist häufig das, was Hefe... Es ist nicht himmelblau. Nee. Nee. Nein, aber er hat nicht dieses, dieses primär fruchtige oder dieses hefegeprägte Aroma, was so ein bisschen uniform ist. Und das wäre ja auch ein bisschen manchmal meine Kritik, dass manche Winzer sich zu sehr auf die Sicherheit verlassen, aber wäre eben Spaß. TG-Bertay. Ja. Der muss sich ein bisschen mehr leisten. Also, da muss auch mal Risiko gehen. Das Risiko, das ist wahrscheinlich German Angst manchmal. Gibt man Fußball. Ja, aber diese, gibt es woanders auf der Erkugel. Das ist nicht nur unser Problem. Nein, das stimmt. Aber manchmal denke ich, Mann, das ist noch mehr möglich. Also, vielleicht so... Ich verstehe das. Ja, oftmals frage ich mich auch, wie ist das ganze Aufwand im Weinbeck, um tolle Trauben zu haben und dann in der letzten Moment Zaubermittel rein, Zaubermittel rein, Zaubermittel rein, Hefe, kräftig röhren, alles wird gut. Also, das hat er nicht. Er hat eine spontan, für mich eine Nase, die so richtig frontend ist, das ist ja spontan, für meine Waren. Ja, dann 100%. Was mir gefällt ist, dass er nicht ein warmes, es scheint ein bisschen kühler, moderateres Klima. Also, da brauchen wir schon warme Stellen, um, glaube ich, perfekt auszuleifen. Ja. Aber es ist keine üppige, so vollen Musiker. Ja, möglich, ja, tut mir leid, immer alles so älter. Älter Herren fällt immer meistens nur erotisch. Wir haben meistens keine Möglichkeit. Nee, nee, Ja, die Jungen sagen, nee, komm, ich bin ein weißes Kind, ne? Ich bin der Saubermann. Das ist auch immer schlank und athletisch, so jetzt habe ich es. Sehr gut. Oder so, der ist sehnig, der hat hier, der hat einen gespannten, straffen Unterarm, und Oberarm aber auch ein bisschen. Aber nicht solche Dinge, die aufgepumpt, sondern definiert. Ja, Long Distance Rama. So, langläufig. Und dann ist er auch vielleicht, dass er noch sehr jung, aber vielleicht hat er das in ein, zwei Jahre hat er schon. Das ist sein Achtstent. So, wow. Jahrgänge könnte man sich viel quatschen. Ein Jahrgang, der theoretisch säurearm ist, die Beine rund, gefällig, ja, bla, bla, bla. Dann finde ich so eine, ich weiß nicht, ich meine, diese ganzen Metaphern aus der Sommelie oder auch Weinjournalistensprache. Das ist alles erlaubt. Finde ich auch. Also für mich ist das mehr Quitte, Zitrusfrucht, das ist ein bisschen grüner Apfel, das ist nicht der Boskop-Apfel. Hier ist auch eine schöne Mineralität, finde ich, ich denke fast immer so ein bisschen fast an Schiefer sogar. Weil der Schiefer bringt erstmal so eine Würze. Auf jeden Fall, es muss ein hartes Gestein sein. Ein hartes Gestein, Würde, bla, 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 bla. Okay, können wir das bitte x-raten hier? Bla, 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 bla. Opa, das ist, wie heißt der Typ aus der Unterwelt? Orpheus aus der Unterwelt, der gerade gesprochen hat. Stuart, ich wusste nicht, dass Wein aus Menschen solcher Monster machen kann, aber bei dir glaube ich es jetzt. Riesling lockt alles aus mir. Cool. Okay. Wir sind noch nicht am Ende. Nein, bestimmt nicht. Sehr schön. Und vor allen Dingen erinnert, ich glaube, der muss in die Karapfe, der braucht auch nochmal drei, vier Jahre, denke ich, damit er, das ist ja eigentlich hier noch, das ist ja hier Talentscouting, was wir hier machen. Aber das ist auf alle Fälle ein sehr präziser, sehr klarer, mineralisch getriebener, und ich würde auch sagen, eher deutscher Riesling. Sehr deutsch. Weil man das nicht, in Österreich fallen sie häufig etwas wärmer auf, auch in Älsa. Ich hätte gesagt, diese unglaubliche Säurepillanz, das hat man ganz, ganz selten in Österreich. Das ist alles ein bisschen seitiger, in letzter Eindruck. Das ist mehr schnell. Und das, die Voltritis vielleicht auch. Ja, vielleicht. Der ist ja Voltritis-frei. Das ist 100% Saufertrauben. Auch sehr präzise gelesen, wenn ich nicht zu lange gewartet habe. Sehr gut erkannt. Exakt so. Gleichzeitig gelesen. Alkohol 12,5, 13. Sehr gut 12,5. Ja. Da muss ich nur noch wissen, welche Region in Deutschland. So ein bisschen was hat da von der Lose, glaube ich aber nicht. Obwohl die Trockenheit mittlerweile, das gibt es auch an der Lose. Also von der Stilistik eher wahrscheinlich sowas, wie du eben sagtest, so eine B-Lage Rheinhessen, die man nicht auf die Zettel hat. Ja, also die jetzt eine A-Lage wird, weil sich viele Dinge ändern. Ich glaube zum Beispiel Rheinhessen. harten Stein gestorben. Ja, das stimmt. Es ist ein harten Stein. Gut. Franken hat natürlich so ein bisschen solche Steine, wenn man mal sagt, dass Kalkstein so hart ist. Aber auch dort finde ich, das könnte falsch sein. Falls, wobei... Wo ist der harte Stein? In den Wald? Im Norden vor allen Dingen. An der Mittelhart. Wobei ja das so eine Abbruchkante ist mit allen möglichen Sachen. Da finden wir Basalt, da finden wir Kalk, da finden wir Schiefer, finden alles dann in der Salz am Boden. Das wäre zumindest so eine Art, wie wir, wenn es ein Pfälzer ist, dann fände ich ihn ziemlich cool. Da habe ich ein Anbaugebiet, das wir gerne vergessen bei Riesling. Das ist das Weingut, wofür du auch arbeitest. Gut Hermannsberg. Denn die Nahr hat eben auch Hafenstein. Sehr viel. Wobei manchmal, glaube ich, eine sehr trockene, warme Lage mittlerweile. Also es ist schon so ein Kessel. Ja, es ist ein Kessel. Ich frage manchmal, dass es ein Riesling-Tribehaus ist, weil es gibt sehr viele Felsen und diese Steine, vor allem dunkle Steine, Speichern, die Sonnenwärme, sehr effektiv sind. Vielleicht ist es ja sogar vom Gut Hermannsberg. Das wäre zumindest mal, also ich würde es legitim finden, wenn du was mitgebracht hast. Fände ich geil. Und wenn es was ist, muss ich mich ein bisschen revidieren, weil ich habe manchmal bei den Hermannsberg, manchmal, sind die Weine ein bisschen schon üppig. Geraten Sie mir. Also wenn es das ist, es ist fantastisch. Das ist der Zucker. Das ist unser Brot. Unser neuer Baby. Super. Es heißt sieben Terroirs. Das ist sehr gut. Das ist ein Cuvée aus unseren sieben Spitzenlagen. Also sieben GG oder Grand Cula. Also aus den besten Lagen des Hauses ist das dann diese sieben Grand Coulagen. Wir haben nichts anderes. Ihr seid doch Grand Coulagen insgesamt, oder? Wir haben 30 Hektar. Ja, krass. Das ist krass. Aber kann es sein, dass das so ein bisschen, vielleicht der Jahrgang natürlich, aber dass das auch so eine neue Stilistik definiert, dieses etwas präzisere, noch frischere, klarere Element? Oder war das immer gut? gewisse Konsequenzen würden aus den letzten Jahren gezogen. Und wir wollen diese Seite des Weins noch mehr betonen. Ja? Ja. Okay. Was kostet der Stoff? 11,90 die Pflaster. Das ist ziemlich gut. Da ist, da glaube ich, muss man wirklich fairerweise sagen, ist deutscher Wein nach wie vor sehr gut. Ein unglaublicher Preislast. Ja. Also nicht nur diese, also zahlreiche. Ja. Sehr gut. Toll. Und ist ja auch viel passiert so mit dem Labeling, etc. Für die war ja früher immer gab es ja, wobei es ja Preußen-Adler-Leute alles beruhigt. Ja, ich hatte mal. Es ist der königlich preußische Adler tatsächlich, ja. Ich habe mal bei. Und er ist etwas älter als seine gewisse Adlerfeller. Ach, das ist eben gescheuert. Ich verstehe, dass da eine Sensibilität herrscht. Sollte gerade jetzt, wobei die sehen manchmal ganz anders aus und die sehen auch auf wie viel Zeit sind diese Leute. Hallo. Bist du nach Österreich? In Urlaub. Ja. Auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, ich hatte mal eine Fernsehsendung und habe ich die mitgebracht. Da kam man aus der Regie. Das heißt aber ihr mit der Faschisten-Rehaltung. Und ich sage, nein, im Moment, beruhig dich doch mal. 1870, ich sage mal, keine deutsche Geschichte. Blöd. Toller Wein. Super. Und ich würde ihn gerne in zwei, drei Jahren nochmal erbringen. Absolut. Für mich auch in zwei, drei Jahren ist der optimale Zeitpunkt. Wollen wir ein bisschen ein Punching machen? Jetzt hast du einen, jetzt mache ich mal meinen. Selbstverständlich. Okay. Also ich habe, Rufi kann ich sagen, wir haben ja gesagt, Riesling ist das Thema. und ich weiß, dass du ihn schon gedrucken hast. Jetzt muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. das bedeutet, dass die Brille abkommt. Okay, wahrscheinlich, kannst du schon mal bitte hier den Stuhl, die elektrischen Drähte schon mal machen, jetzt grillen wir ihn mal. Grill the Piggot. Naja, also zuerst ist das Geräusch. Und ich würde sagen, es ist auch wärmer gewachsen. Ja. Jetzt für alle, die das nicht, warum der Stuhl dazu kommt, ich denke, wegen der Farbe bekommst du schon mal. und wegen der Aromatik. Aromatik. Ja. Warum? Der Schein kann trögen. Ja. Es gibt Rieslinge mit solch einer Farbe, die noch ganz jung sind und sehr frisch, aber in dem Fall, der hat schon ein paar Jahre auch den Buckel. Es ist runder, cremiger als der Wein, den ich dir gerade gezeigt habe. Da ist ein bisschen für mich eine gekochte Mandarinenote und das ist für mich ein Zeichen für Beine, die lange gegoren haben. Dass ich gerade so denke, dass er am Gaumen fast noch frischer wirkt als in der Nase. Aber das ist nicht wahr. Also im Gaumen hat er schon eine ganz gute, zeigt er schon eine ganz gute. Aber er hat einen ziemlichen Zug. Also die Säure ist nicht so pointiert wie in dem Essenwein, aber schon auf alle Fälle frisch genug. Also ich finde, es ist eine sehr schöne so citrusiale Note da hinten und das bleibt sehr lange hängen. Könnte man sagen, dass der Wein schon dieses, man redet ja immer von diesem Terroir, können sich viele nicht darunter vorstellen, aber dass dieser Wein so weg ist von der Frucht und schon ein bisschen diese sekundäre Aromatik, von der wir sprechen, also die Bodenherstellung von Vielzahl. Ich finde das schon Mineralien fehlen, oder? Ja, das ist nicht so plackend. Also im ersten Wein, das war super, diese Mineralien war super markant. Entweder magst du das oder du sagst, bitte nimm es weg, bring mir einen anderen Wein. Und hier ist es da und es ist sehr präsent überall auf dem Gaumen, aber es ist nicht so ruhiger. Also für mich ist es mein Wein, den ich fast lieber trinke als rieche, wobei riechen tue ich auch gern, brauche einfach ein bisschen länger. Viele Leute haben ein bisschen Angst vor dem Bouquet, behaupte ich mal, weil sie gereichten Bouquets nicht kennen. Was sie es einfach nicht kennen. Ja, ganz simpel. Ja, das ist das Problem Nummer eins für gereichte Weine in Deutschland. Die allermeisten Konsumenten haben das nie in einer sympathischen Situation erleben können. Nicht immer zittrige Hände und vor dem Kühlschrank oder Weinkühlschrank stehen und immer die jungen Sachen saufen. Mann! Lass den Dingen doch mal Zeit! Das ist wirklich so. Ich habe auch Zeit gebraucht. Der Jugend war nervt. Beim Wein zumindest. Ansonsten finde ich es schön anzugucken. Aber insgesamt. Was ist denn? Deine Frau ist dabei, glaube ich. Aber auch ganz jung. Ja. Achso. Ja. Also muss auch gerne haben. Wir kennen es schon so lange. Anyway. Also nichts Privates hier. Na, wir sind ja nicht beim Fernsehen. Gut. Ich habe nichts Privates verraten, oder? Oder habe ich doch was gesagt? Aber ich finde, man kann das sowieso, wenn man was Privates von dir erfahren will, muss man einfach nur ins Internet gehen und man findet alles. Dank Marc Secker-Durken. Eigentlich schon. Wir sind alle transparent. Also, macht euch nackig, Leute. Bitte nicht, bitte nicht. Der Wein schmeckt oftmals dann besser. Muss man schon sagen. Nicht, dass es hier wie am DDR-Nackladestrand aussieht. Die waren ja groß im Osten. Die haben ja viel, ich finde, im Westen waren wir ein bisschen Brüder. Wobei mir hat das mal einer erklärt, es gab wenig Fernsehen oder es gab wenig Fernsehsender, ein bisschen Westfernsehen. Und dadurch musste man sich eben auch ein bisschen mehr um sich selber. Also die haben einfach ein bisschen mehr ihre sexualität auch ausgeliefert. Ich glaube, da war ein ganz anderes soziales Klima im Osten als im Westen. Also, natürlich gucke ich nicht weg von den schlimmen Seiten der DDR. Aber das bedeutet nicht, dass alles in der DDR scheiße war. Nein. Also diese Argumente akzeptiere ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe da schließlich anderthalb Jahre gearbeitet. Das wollte ich nur noch sagen. So, wir dürfen direkt weiter machen. Also ich habe auch nur gesagt, anderthalb Jahre habe ich gearbeitet. Ich muss sagen, mir tat wirklich ein bisschen leid. Also auch, wenn wir jetzt ein bisschen abdriften. Mit was für einer Arroganz und Impertinenz der Westen den Osten einfach so für sich geschluckt hat. Also ich rede ganz bewusst nicht nur vom ehemaligen Osten, sondern vom ehemaligen Westen. Und im ehemaligen Westen gab es auch eine Menge Wahnsinn, was im Nachhinein also schwer nachvollziehbar ist. Einfach schräg an den Vorkommens. Siehst du, da müssen die Engländer kommen und uns das erklären. Sobald du bist ja mittlerweile Deutscher. Ich finde, der Wein, der macht mir immer mehr Spaß. Der wird immer interessanter. Wir brauchen das. Die Luft tut ihn sehr, sehr gut. Am Anfang so ein bisschen fast zu viel. Und jetzt kommt das so irgendwie, jetzt verteilt sich das besser. Und jetzt kommt zwar für mich ein bisschen gekopfte Birne dazu. Okay, wir machen mal den Sack zu. Wärmeres Klima, Deutschland, Riesling, etwas gereichter. Das haben wir schon mal. Boden könnte. Also ich wäre in die Falz. Ich wäre in der klassischen Mitte hart. Und da ist der dominante Bogen der Kunsthandsteine, aber es gibt auch langen Kalkhaltgeböden. Und sogar, ich würde sagen, eigentlich ein Teil der Geschichte von der Falz der letzten Zeit ist die Wiederentdeckung von den Kalkhaltgeböden. 100% richtig. Sehr gerne. Wir jetzt aus sonniger Eppstein in die Falz. Yes. Dein Kalkhaltgeböden ist wenig vorher. 15. Ein bisschen älter noch. Jetzt dann. Noch etwas. Es ist ein Jahrgang, den man glaube ich gar nicht so oft hat. Einen Wein gut oder so möchtest du vielleicht auch noch? Gute Frage. Das kann ich nicht. Ich glaube, den Wein kennst du auch. Von Winning? Okay. Forster, 5U 500, 2013. 2013. Ja, also für den 13er hat er einen sehr angenehmen Säure. Manche 13er waren ziemlich kratzig und sind ein bisschen, noch ein bisschen kratzig geblieben. Das ist ein sehr harmonischer. Ja. Ich meine, ich habe den Wein sogar deswegen gekauft, weil du irgendwann mal was dazu gesagt hattest, geschrieben hast, irgendwo meine ich zumindest. Deswegen habe ich auch gedacht, das ist heute mal lustig. Ja. von Winning, die ich auch einen Teil der Revolution empfinde, wobei dieses Riesring und Holz war ja lange Zeit in Deutschland das No-Go. Ja. Ich finde, er hat es aber in Stefan Abmann und sein Team haben das immer neue... Ja, sie haben es hinbekommen. Ja, mit viel Geschick und natürlich viel Experimentieren. Also, ich finde, die Weine von Winning sind immer besser als die letzten Jahre geworden, als diese Vermählung von Holztonas, den Holzpast und Riesling. Ich weiß nicht, meine Anfänge mit Riesling, als ich Holz probiert habe, schmeckte das Holz immer und der Riesling schmeckte. Also die Fruchtigkeit und das Holz kam nicht zusammen. Vor 20 Jahren war das dieser Stößt. Das ist viel besser geworden. Also es ist, glaube ich, auf jeden Fall mittlerweile für den Riesling anerkanntes Stilmittel, wobei ich glaube, kann sich nicht jeder oder sollte sich auch nicht jeder dran versuchen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Also ich finde, es ist genau richtig, dass jemand sich auf diese Nummer spezialisiert und es perfektioniert. Es gibt zu viel, immer noch in Deutschland gibt es die Tendenz, dass Winzer versuchen, ein bisschen von allem zu machen. Im Moment ist es ein bisschen vom Amphorenwein, muss sein. Oder ein bisschen vom Orangewein. Und oftmals dieses bisschen Korn, das sind die uninteressantesten Weine überhaupt. ja, weil es ist alles ein bisschen so, ach, ich muss das auch dabei haben, wie geht das? Ja. Diese Nummer. Ja. Die wird, glaube ich, für alle bereitet. Ich habe neulich von einem ganz berühmten Produzenten einen Grauburgunder getrunken. Also ich würde jetzt kein Grauburgunder-Bashing machen. Ja. Aber wo ich gesagt habe, irgendwie der Wein passt überhaupt nicht zu dem Rest, was das Weingut macht. Warum macht er das eigentlich noch? Hat er doch gar nicht nötig. Um Grauburgunder verkaufen zu können. Ja, genau. Ganz simpel. Das Grauburgunder-Publikum zu bedienen. Ja. Mit dabei zu sein. Ja. Aber man kann doch auch sagen, man macht eine Sache und dann macht man gut. Das fände ich viel besser. Das ist auf meine Haltung. Also viel besser ist es, zu sagen, das ist, was wir machen, dazu stehen wir und das machen wir in aller Konsequenz und in der Welt noch besser ist es für mich perfekt sind. Ja. An der Mosel, glaube ich, haben da viele so Kleinst betrieben, die das dann auch eben in der Nische eben auch genau so arbeiten. Ja. Oder an der Nahe sicherlich auch den einen oder anderen. Die haben gar keine andere Chance. Sie müssen. Ja, sie müssen es auch. Ja, ja. Andere Sachen gehen nicht. Katan ist sowieso da nicht reich. Und deswegen... Aber kann ich ja mal probieren. Ist das eigentlich plötzlich? Muss ja auch legitim sein. Muss ja auch jeden Scheiß mal ausprobieren. Das ist in der Jugend auch. Man hat ja auch ganz viele Sachen ausprobiert. Ich habe ein bisschen Scheiß ausprobiert. Das kenne ich zu. Ich auch. Ich gebe alles zu. Kann man auch nachlesen. Muss aber nicht. Wollen wir ja den nächsten Wein machen? Das war es peinlich. War eh schon. Nur ganz minimalt eigentlich. Was sagt die Regierung? Alles okay soweit? Kann man Wein anmachen? Okay. Ich würde ja mal... Ich frage mich ja mal, wer bei euch den Wein auslöst. Alex. Mach es so. Mach es so. Okay. Super. Also ihr macht das so lupenreine Demokratie. Und sehr oft sage ich, welche Richtung. Und wenn die Richtung klar ist, dann frage ich welche Traubensorte oder lieber Jung oder Alex. Also ich bin der Diener. Okay. Und mögt ihr beide das Gleiche oder mögt ihr sehr unterschiedlich? Wir sind schon auf einer der Linie, sozusagen. Das ist cool. Habe ich auch das Glück. Mit meiner Frau mit Junger trinken ich auch mit Trinken. Relativ gerne das Gleiche. Gott sei Dank. Und manchmal stelle ich fest, dass sie besser verkosten kann als ich. Hast du das auch schon rausgefunden? Liebe Männer, seid nett zu euren Frauen. Mal nicht so rumlaut wappeln hier. Einfach mal auch mal den Frauen mal ein bisschen recht einräumen. Überhaupt, das muss ich sagen, in der Weinbranche. Gott sei Dank. Die Frauen sind hübscher geworden, mehr geworden, jünger geworden und auch interessanter geworden. Gilt auch für die Männer. Ist nicht mehr ganz so ein rotpiefes Business. Gott sei Dank. Als wir angefangen haben, war das manchmal grüselig. Junger Mann, Sie müssen erst ein Haus vertrunken haben, damit Sie was von Wein wissen. Da habe ich gesagt, du blödes Arschloch. Und so, habe ich ein ganzes Reihenhaus vertrunken mittlerweile. Ich weiß immer noch nicht mehr. Entschuldigung. Excuse my French. Frau die Arschloch, Entschuldigung. You asshole. Next one. Next one. Round three. Ding, ding. Hey, hey, hey. Wenn ich das mal so sagen darf, so der erste Eindruck ist, glaube ich, immer der sehr unglaublich viel, weil es eine emotionale Geschichte ist, in meinem Erkosten. Wenn ich die Musik vergleichen würde, ist das für mich von der Tonspur nochmal höher. Ja, also mehr so Richtung C-Dur oder sowas. So ganz, ganz klarer, sehr langgezogener, hoher Ton ist das. Weil das war mir ja hier so schon ein bisschen mehr mit dem Moll. Ja. Der Forster. Der Forster war, ja, und neigte schon ein bisschen in der barocke Richtung. Und der Sieben Terroirs waren auch schon hoch, aber noch nicht so hoch wie der. Der scheint hier nochmal eine Spur zarter. Das ist mir ein bisschen Mozart zu Hause. Ja, das ist sehr, hätte ich genauso gesagt. Dankeschön. Wow. Alter, ich hole mir heute einen Adelstitel. Hendrik Thumma von Riesling. Obwohl, ich habe Chardonnay. Ich bin eine Chardonnay-Nase. Ich gebe es zu. Ich mache ganz gerne so ein bisschen Power. Ich habe nichts dagegen. Guten gegen guten Chardonnay sowieso. Nee, guten Chardonnay. Guten. Er ist eine wunderbare Sache. Selten, aber wenn er gut ist, ist es nicht mit Dornfeldern. Wenn gut, dann trinke ich ihn auch. Ist so. Ja, entschuldige. Alles auf. Und gleich so eine steinige Mineralitäten hier. Ein nur richtig aggressiv. Das ist also eher so ein bisschen noch ein sehr lebendiger, sehr nervöser Stil. Könnte auch ein 18er sein. Würde ich sagen, das war dann nur von der Nase her, ohne zu probieren zu haben. Aber eine ganz junge Nase noch. Merkt man noch ein bisschen die Hefe. Ja. Und darunter kommt auch wieder dieses, was ich gut finde, hier kommt nicht so eine Überreife durch. Also hier kommt mehr wieder diese etwas kühlere Stachelbeere. Das ist jemand, der genau wie Good Hammons Bag der richtige Sidebremse oder die Laser erwischen will. Breit genug, aber kein Hauch von Überreife. Auch keine Voltritz ist drin. Ganz. Super. Sehr pur, sehr klar. Am Gaumen ist er auch ein bisschen schlanker. Kann sein, dass er noch weniger Alkohol hat sogar. Also jetzt nach dem Forster, obwohl er hat auch nur zwölf und halb dreizehn, aber wirkt der hier noch zarter. Auch ganz trocken übrigens. Wirkt er zumindest? Er ist sehr kühl gewachsen. Ist es eine hohe Lage? Es ist eine Höhenlage. Wie hoch kann man überhaupt Riesling wachsen lassen? In Südafrika gibt es einen, der hat sehr hoch Riesling. Es gibt ein paar Orte in Isersel, wo Riesling auch 1000 Meter wächst und trotzdem reich wird. Das ist das Problem. Umso höher man steigt, desto höher wird es. in Südafrika die extremen Höhenlagen, man hat das Problem, im Sommer Frost. Ja. Auf und Rot. Ja, so extremer. Das ist ein extremes Klima. Im Sommer. Bei uns würde das nie, nicht in dem kältesten Jahr, den man sich vorstellen kann, vorkommen. Das ist nicht machbar. In Deutschland die höchsten Lagen und Riesling sind so bei 400 Meter. Oder was, denke ich mehr. Ich arbeite in dieser Ananal auch mit Markus in Aum. Markus Hees braucht deine größten Weinbergs auf 400. Aber zurück hierzu Mousewatering. Ich liebe Englische, ich mag aber englische Vokabeln, also Mundbessern. Da denkt immer jeder an Listerine. Meine Mousewatering ist animierend. Das ist auch so ein bisschen, als wenn man als kleines Kind in die Steckdose fasst. Habe ich zumindest und einmal so brrrr machen. So ein bisschen ist das. Es ist ein Steckdosen-Wine. The Plugger. Call it the Plugger. Es ist eine Edelsteckdose. Eine Edelsteckdose. Edelsteckdose. Also trockene Riesling war ja lange Zeit verpönt, auch in deiner alten Heimat. Da haben die ja nur so Restsieb getrunken und wir sind glaube ich auch ein bisschen selbst schuld daran. Das hat mir noch eine Seite gezeigt. Ist es besser geworden? Es ist deutlich besser geworden. Ja, ja. Sie fangen an, so wichtig, solche Weine zu verstehen. Auch in den USA? So ist es auch. In den sagen wir wohlhabenden Ecken von der USA werden Kirsche Weine auch jetzt geschätzt. Ja, weil man kann einfach mehr davon trinken. Es ist so. Ja, weil Alkohol ist ein bisschen runter. Das ist ja nicht der eine Grad, aber du hast nicht das Gefühl, das ist es nicht. Also hier hätte ich auch gesagt, dass diese den Niedrigste Alkoholgehalt von allem haben muss. Was nicht in dem sein muss? Was nicht analytisch gesehen sein muss. Ja, aber vor gefühlt ja. Ja, unbedingt. Also, ganz schwer. Also ich würde hier zumindest den Rheingau und die Mosel, weil das sind ja sehr starke Terroirs, also zumindest der Teil des Rheingau der rheinische Schieferbewirken, Nudelrhein und so, das sind ja so die klassischen Gegenden, die fast ausklammern hier. Mir fehlt diese Schieferwürze in den Reinen und der hat auch wieder mehr dieses, auch aus der Forst habe ich Kalk, so für mich eine Kalkbodenwürze, eine ganz klare Waden, natürlich gibt es hervorragende Riesling, Richtung Bürger. Das ist kein Kalkboden. Oh, das ist kein Kalkboden. Das ist kein Kalkboden. Das muss ich faireweise. Hätte ich jetzt gedacht, so wegen der Schlau. Okay. Gut, also bleiben wir doch irgendwie wieder in der Mitte. Also irgendwo Rheinhessen oder die Pfalz. Weil ich glaube, da kommen ganz viele Innovationen her und da kommen auch eigene Stilistiken her. Es ist auch so ein innovativer Gebiet und auch so eine innovative Ortschaft innerhalb dieser innovativen Gebiet. Das wäre jetzt vielleicht zum Beispiel in Rheinhessen haben wir im üblichen Teil Wonnegau. Könnte ich mir gut vorstellen. Wird passen auch so von der steinigen. Für mich ist das so schlank bei Wonnegau. Das stimmt. Es ist auch diese Schlankheit interessiert mich auch gerade. Wobei, wo würde man hingehen? Hessische Bergstraße nicht. Da hätten wir höhere Lagen. Nahe können wir natürlich bleiben. Die Nahe hat eben alle Böden der Welt. Geologisch sehr komplex. Das könnte vielleicht auch normal sein. Das ist sogar Leichtigkeit. Ich bin gespannt. Ich kenne viele, viele Winzer nicht an der Nacht. Ich kenne ihn nur vom Etikett. Römerberg. Das ist der Römerberg von Johannes Sint. In Windesfaden an der Nacht. Und wie du siehst, es hat der gleiche Alkoholgehalt zwischen Anwanderen. Aber man denkt nicht an diesen Acht, wenn man ihn trinkt. Aber es soll dieses Mundbesskriege bessende Frische diese unglaublich schlanke Acht. Wie bist du auf den gekommen? Oder kennst du den schon lange? Ich kenne Johannes Sint seit November 2008. Er war damals Student in Geisenheim und ich war auch Gaststudent zwei Semester lang in Geisenheim und die ersten Wochen vom ersten Semester habe ich ihn kennengelernt. Und damals hat er schon die Weine zu Hause zusammen mit Paki gemacht. Paki hat gesagt, am Tag eins seines Studiums, jetzt machst du die Weine mit mir und an dem Tag an dem du absolvierst als du fertig mit dem Studium bist, machst du das alles allein. Das ist die neue Geist, also die neue Generation der Deutschen Wins kostet. Das ist sein bestes Trocken Riesling glaube ich 1850. 1850. Ich hätte vergessen auch, wir sind da bei Mitte 30, Mitte 30 bei Von Winning ist eben so ein bisschen dem Weg, muss man eben auch noch das Etikett mit bezahlen. Und natürlich auch noch, wir Es gibt alles Mögliche an der Nahe, wie du gesagt hast, das ist ein Rot-Neh Windes Bogen. Aber es ist ziemlich cool gewachsen. Die Ortschaft heißt nicht umsonst Windesheim, die Heimat der Winter. Das ist der Scham. Also auch nach Windesheim, wem zu heiß ist, aber die Nahe ist schön. Sehr unterschätztes Anbaugebiet, sehr vielfältiges Anbaugebiet und der große Gewinner der letzten 20 Jahre, wenn ich das mal so sehe, auch langfristig, es gibt ja schon einige große Namen, aber unglaubliche Innovationen sind. Das ist wirklich toll, was man da so mitbekommt. Und the price is high. Hey, and the joy German, the price is fucking high. No shells. Haben wir schön heute hier gemacht. Vielen Dank. Du kannst gerne mal wiederkommen. Ich bin gespannt wie es läuft. Als Weisling Ambassador kommst du mit demnächst Trauben Ich werde nicht als solch eine Figur auf diesem Tisch erscheinen. Immer auf dem Stuhl bleiben. Hättest du, weil das werden ja vielleicht ein paar Leute gucken, denke ich mal, hättest du mal so eine Frage, was dich mal interessiert als Whistling Ambassador? Vielleicht wenn ihr Lust habt und das Video bis zum Ende gesehen hat, es sind ja zwei geworden, aber wir machen das manchmal so am Ende der Show für alle die hartgebliebenen Ich bin für alle Fragen offen. Und hast du eine? Wie ich selber? Ich habe nur Fragen. Umso mehr man lernt, desto mehr man feststellt, dass man nicht weiß, was wirklich Sache ist. Seid ihr auch dabei? In dem Sinn, schreibt dem Stuart. Dankeschön. Vielen Dank Stuart. Dankeschön auch nochmal an Alex. Schön, dass du das eingeläutet hast, dass der Riesling-Ambassador mal hier zu unserem Pool kam. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.